So, damit herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr da seid, Modul Immobilienmanagement. Ja, im letzten Video sind wir eingestiegen mit den Energiekennzahlen. Wir haben folgende Definitionen festgehalten, und zwar Energiekennzahlen sind Kennzahlen, die technisch und betriebswirtschaftliche Aussagen über energetische Sachverhalte beinhalten. Ja, und das Energiecontrolling denzufolge unterstützen in der Analyse und Bewertung dieser Sachverhalte. Die Systematisierung von Energiekennzahlen erfolgt einmal Art der Kennzahl, Energiefluss durch das System, Art der beschriebenen Systeme und Zweck ihres Einsatzes. Jetzt können wir uns eine extrem kennenzahl nehmen und diese hier entsprechend zuordnen. Ja, und diese Systematisierung wollen wir uns konkret mal anschauen. Im letzten Video habe ich diese vier Punkte bereits festgehalten. Schaut euch das letzte Video gerne nochmal an. Da haben wir so ein bisschen was zu Energiekennzahlen, so Basics, Grundlagen, Grundbegriffe kennengelernt. Ja, Art der Kennzahl oder Art des Kennwertes, das könnt ihr euch gerne aussuchen. Hier differenzieren wir zwischen Absolutzahlen und Verhältniszahlen. Also notieren wir einmal, wir haben einmal den Unterschied, Absolutzahlen oder absolute Zahlen, das könnt ihr euch aussuchen. Absolutzahlen und Verhältniszahlen. Ja, in der Vorlesung wurde sogar ein Beispiel mit auf den Weg gegeben und zwar einmal für Absolutzahlen. Ich schreibe das mal hin, zum Beispiel hätten wir da einen Wert von 450 Megawattstunden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schreibe ich die Buchstaben groß, klein, das passt aber. Und Verhältniszahlen dann zum Beispiel Kilowattstunde durch Quadratmeter. Also KWH durch Quadratmeter. Ich denke, der Unterschied sollte klar sein. Hier haben wir einfach nur diese Einheit Megawattstunde. Die könnten wir auch hier nehmen. Wir könnten auch hier Megawattstunde durch Quadratmeter. Aber hier haben wir so eine Relation, so ein Verhältnis eben gegeben zwischen zwei Einheiten bzw. zwei Größen. So, ja, Kilowatt und eben hier die Meterangabe, die Quadratmeterangabe. Das sollte, denke ich, klar sein. Das ist auch die wichtigste Unterscheidung der vier. Ja, Art der Kennzahl bzw. Art des Kennwertes. Absolutzahlen und Verhältniszahlen. Dann gehen wir mal weiter. Wir können auch weitere Unterscheidungen vornehmen bzw. Systematisierungen. Da müsst ihr immer schauen, so in der Klausur. Lest doch die Aufgabe zwei-, dreimal durch, um sie erstmal nachzuvollziehen. Was will man hier von mir? Worauf läuft das Ganze hinaus? Dann wird der sicherlich ganz schnell feststellen. Okay, damit sind hier diese vier Pakete, also die Systematisierung von Energiekennzahlen gemeint. Wie kann ich Energiekennzahlen zuordnen? Ja, und da müsst ihr entsprechend vielleicht noch eine Entscheidung treffen. Handelt es sich bei der Kennzahl um eine Absolutzahl oder Verhältniszahl? Je nachdem. Dann gucken wir uns mal das zweite Paket an, und zwar Energiefluss durch das System. Ja, hier muss man eigentlich nur den Unterschied wissen. Input, throughput und output. Ich schreibe es immer hin. Also, Input. Dann muss ich jetzt selber gucken, wie man das schreibt. Through. Through, put und output. So, das sind so die drei Stichpunkte. Vielleicht nur wissen, was dahinter steckt. Und zwar bilden den Energiebezug ab. Ja, Energiekennzahlen für Input bilden den Energiebezug ab. Wie soll ich jetzt so ein bisschen hier am Stottern beziehungsweise pausieren? Ich glaube darin, ich hätte hier vorne noch hinschreiben müssen. Energiekennwert oder Energiekennzahlen für Input. Aber ich denke, wenn ihr diese drei Stichwörter drauf habt, sollte es auf jeden Fall ausreichen, dass ihr diese Unterscheidung eben kennt. So, und charakterisieren die betrieblichen Prozesse. Charakterisieren die betrieblichen Prozesse. Und Output-Kennzahlen bilden die Energieströme ab. Bilden die Energieströme ab, die das Systembetrieb verlassen. Die das Systembetrieb verlassen. Wie gesagt, also ich denke mal, das reicht aus, wenn ich bei der Systematisierung von Energiekennzahlen diese vier Pakete kenne. Dann bei der Art, Absolut, Verhältniszahlen, Energiefluss durch das System, Input, Throughput, Output, die drei Stichpunkte kenne. Ja, klar, natürlich immer besser, wenn ich dann eben Kennzahlen zuordnen soll, als ich weiß, was es mit Input, Throughput und Output eben gemeint. Art der beschriebenen Systeme. Wir machen direkt weiter. Und zwei Energiekennzahlen. Einmal für Unternehmen und Betriebe, für Unternehmensbereiche, sowie Prozesse und Anlagen. Also auch hier wieder drei Pakete. Einmal für Unternehmen. Unternehmen und Betriebe. Dann das nächste Paket, Unternehmensbereiche. Und Prozesse und Anlagen. Prozesse und Anlagen. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Und beim Zweck ihres Einsatzes, dann einfach nur, ja, Report und intern. Und das soll schon gewesen sein. Also halten wir fest. Art der Kennzahl, Absolut, Verhältniszahlen, Energiefluss, Input, Throughput, Output. Dann Art der beschriebenen Systeme, Unternehmen und Betriebe, Unternehmensbereiche, Prozesse und Anlagen. Und Zweck ihres Einsatzes, Report und intern. Das soll schon gewesen sein. Schnappt euch eine Karteikarte. Schreibt euch einmal, ja, pro Systematisierung ein Karteikert hin. und lernt dann entsprechend die Unterscheidungen der jeweiligen Systematisierung. Das soll zwar schon gewesen sein, von meiner Seite aus. Ich denke, das sollte klar geworden sein. Wenn ihr natürlich zu einzelnen Begriffen noch ein bisschen Input benötigt, Fachliteratur auf jeden Fall fragen. Ich schreibe euch aber nochmal diese Pakete unten in die Videobeschreibung hinein. Bis zum nächsten Mal und bye. Bis zum nächsten Mal.